Warum ich gerne Rad fahre? Keine Ahnung. Ich bin der Favorit für das grüne Trikot. Das ist normal, denn ich habe das ja schon viermal gewonnen. Oder waren es drei? Das grüne Trikot zu erringen ist nicht einfach. Wie ich immer sage, das Wichtigste ist, in Form zu bleiben und es nach Paris zu schaffen. Egal ob Sie das gelbe, grüne oder gar kein Trikot tragen, Ankommen ist immer wichtig, vor allem bei der Tour de France. Ja, aber meine Ambition, das war das grüne Trikot. Das war das Wichtigste. Ich habe es geschafft, es zu gewinnen und war zufrieden. Ich hatte das wichtigste Trikot meiner Karriere erobern können. Ich habe es geschafft, nachdem ich ein wichtiger Zerzys in meinem Leben genommen habe. Untertitelung des ZDF, 2020